Weil hier haben wir ja am meisten. Irgendwas müsst ihr hier machen. Wir müssen durch den Kofferraum. Da können wir durchgehen. Ich spare mir meine telekinetischen Kräfte lieber für später auf. Hm. Einen Schritt näher und das Gemetzel beginnt. Ich erspare Ihnen das lieber. Ehrlich? Vielleicht kommen wir da ran irgendwie. So, mal gucken. Ich spare mir mein... Nein. Nein und... Einen Schritt näher und das Gemetzel beginnt. Ich erspare Ihnen das lieber. Vielleicht würde mir das meine Aufgabe hier versüßen. Wahrscheinlich aber eher verkleben. Vielleicht würde mir das mein... Wahrscheinlich... Kaugummi kann nie... Ich habe das mit... Wenn ich an... Wenn ich an... Das Auge muss wohl... Hm. Verstehe ich nicht. Das Gleiche ist, ich müsste... Ich spare mir meine... Ich spare mir... Ich müsste mit dem Stock doch ankommen. Einen Schritt näher, ich erspare. Dann geh doch einen Schritt näher. Das gibt's nicht. Tonne mit Wasser. Ich habe es nicht nötig, in kleinen Gewässern zu fischen. Meine alten Stiefel sind noch vollkommen in Ordnung. Noch. Kulige noch. Rein mit... Hm. Obwohl sie seltsam. Seltsam. Ja, genau. Seltsam. Seltsam. Das allein reiche ich Lust und Seife. Gut. Ähm. Krass. Die Zuckerwatte ist einfach implodiert. Was? Wie onkel ist das denn? Das allein reicht nicht. Ich brauche auch noch Lust. Das funktioniert nicht. Und vielleicht auch nicht hier. Nein mit euch. Hm. Seltsam. Nö, auch nicht. Ich weiß noch gar nicht, wie ich den zweiten kriege. Also so einen zweiten Stock. Sonst würde ich mir jetzt alles einmal mitnehmen. Aber anscheinend. Zuckerwatte funktioniert nicht. Jetzt steht er auf Kalzone. Na ja, Kalzone würde ich ungern probieren wollen. Jetzt steht er auf Phosphor. Ich probiere es mal mit Phosphor. Da wird nämlich Säure draus. Müsste er eigentlich, oder? Okay. Und wieder raus. Schön hier beim Goal. Da kriegen wir hin. Da kriegen wir hin. Vertrau mir. Vertrau mir. Bisher haben wir doch alles hingekriegt, Baby. So, jetzt aber. Oh. Das zum Ausgang. Ja, das könnte man. Hoppla. Das wollte ich nicht drücken. Tut mir leid. Hallo, gehst du da mal drunter? Krass. Die Zuckerwatte ist einfach implodiert. Dein Ernst? Ich hab gesehen, dass da ein Mörrenfenster ist. Also geh ich da mal hin. Das kann aber nicht Kalzone sein, oder was? Warte, hier ist auch was? Gabel. Ich krieg schon wieder Hunger. Ich spare mir meine... Komm mal, ein Piran. Ich spare mir... Ach, komm schon. Ich spare... Okay. Ich bin nicht rum. Ich spare... Oh. Warum wäre das für wirklich Kalzone? Ich denke mir die ganze Zeit, dass wir eventuell Kalzone dafür brauchen. Also hier irgendwas von Zuckerwatte, um irgendwas da zu machen. Warte. Denke ich falsch. Warte, eins probiere ich noch. Tut mir leid, aber das muss jetzt noch sein. Jetzt steht er... Genau, und jetzt kommt Kalzone. Jetzt steht er auf Kalzone. So. Ich hab noch eine Idee, was man machen könnte, aber... Krass. Die Zuckerwatte ist einfach implodiert. Ach, lebt mich doch um euch. Hey man, also das sind die... Da hochkommst du ja auch noch. Pass mal auf. Das ist, wenn wir sozusagen einfach nur... Los. Stures Ding. Los, sei nützlich. Stures Ding. Damit Leerzeit steht er... Dazu will ich nicht haben. Ich will grad hier Phosphor haben. Weil ich habe eine Idee. Jetzt steht er auf Phosphor. Das wollte ich hören. So. Einmal zack. Hat er Phosphor. Oh schade, ich dachte ich kann irgendwie rausziehen, aber nichts ist. Ich muss binär denken. Das hier gab's schon mal. Ich weiß. Was, wenn ich quer summen will? Ich komm schon noch drauf. Es kann nicht sein, dass die Hebel gar nichts zu bedeuten haben. Es kann einfach nicht sein. Ja, eben. Dynamit gefischt. Das ist doch ganz easy. Dafür haben wir diese Steine. Vielleicht würde mir das meine Aufgabe hier versüßen. Wahrscheinlich aber eher verkleben. Das wäre doch zu schön gewesen. Hast du mal aufgeregt, das ist wie Essen? Ich hätte die Probe ver... Nö. Upsi. Da steht ja gar keine Geschmacksrichtung drauf. Stattdessen ist hier eine tanzende Kellerassel abgebildet. Ja, lecker. Nein, nein, nicht... Äh... Ich hebe mir den Rest lieber für später auf. Viel später. Jetzt. So viel Klebefläche und so wenig Kaugummi. Wie soll man sich da entscheiden? Wenn ich anfange meinen... Kaugummi klebt nicht auf diese Erkenntnis. Das tut man nicht. Hm. Verdammt. Okay, okay, okay. Ich nehme den einfach mal wieder raus. So. Jetzt esse ich einfach mal. Danach kann man auch im Dunkeln auf der Toilette lesen. Hm. Leuchtet der jetzt? Das wäre so geil gerade gewesen. Okay. Oh. So, jetzt aber. Komm. Zu viel Klebefläche. Wie soll man... Du verarsch mich. Du verarsch mich. Phosphor ist auf jeden Fall schon richtig. So. Was hast du da hinten an der Maschine? Ich mache jetzt einfach... Verdächtige Lampen. Diese Lampen haben irgendwas zu bedeuten. Ich weiß es einfach. Zack, zack. Hebel, Hebel. Hebel. Aha, aha, aha. Go. Kann ich aber abwerfen? Ich habe auch keine Ahnung. Ho, ho, ho. Komm schon. Ja, ja, das haben wir schon herausgefunden. Aber ich werde gerade wieder bescheuert. Das ist halt hier beleuchtende... Wer gern zu Hause mit Steinen wirft, sollte kein Blashaus mieten. Was? Nein. So. Los, sei nützlich. Ja. Stures Ding. Oh, ey, das ist doch... Hm. So, ich tue jetzt einfach mal so, als würde ich hier so was Sinnvolles reinmachen. Und das würde was bringen. Der Stock passt in die Halterung. Aber die Zuckerwatte müsste schon brennen oder so, um das Mosaik zu erhellen. Ich hab doch nichts brennbares. Hier ist auch nichts. Auch nichts, auch nichts. Das einzige... Das einzige Licht. Und das mach ich jetzt kaputt. Hm, das Geschoss hab ich. Fehlt nur noch die Schusswaffe. Verarsch mich. Ich muss... Werf doch einfach! Wieso wirst du nicht? Jetzt sind wir sehr kleinlich, ja? Habt ihr diesen Mosaikstein gesehen? Zapperlott. Der Stein hält nicht. Und nun... Zack. Und nun... Ich brauche mehr Licht. Alter, leck mich doch mal osch. Diese Steine brauche ich nicht. Ich muss erst mal gucken, ob hier irgendwo was ist. Eine Lampe. Jetzt kommen die Adleraugen erstmal raus, weil jetzt kommen die ganzen Kleinkrams-Dinge. Die Uhr ist stehen geblieben, aber auch das wird mich nicht aufhalten. Öltankklappe. Das Kotfeld, für den wir hatten so ein bisschen... Ja, ich weiß, ich weiß. Oh, warte. Oh, zur Plattform. Verdammt. Funktioniert denn hier gar nichts? Ja, und das wundert mich noch, dass ich da nicht hinkomme. Ich muss einfach mal... Hey, was? Gut, dann. Ich kann nicht sehen, ob er voll ist. Und ich habe auch kein Streichholz, um den Grund auszuleuchten. Schade. Hm, echt schade, ja. Muss doch Sinn machen, dass wir noch einen Mob haben. Niemals. Die Schneise der Verwüstung hinter mir ist mein Geschenk an die Nachwelt. Wie sollen die Historiker sonst meine Taten rekonstruieren? Die arme Nachwelt. Äh, das gibt's doch nicht. So, hier nochmal. Oh, warte, was? Nee. Damit wir nicht Ewigkeiten und drei Tage rumsuchen, mache ich jetzt mal ein bisschen mit Hinweis, ja? Da sind zwei Nische-Zucker-Warte. Den gibt's hoch. Und raus. Und hier ist alles nur ein Witz. Alles nur ein Witz. Ja, das wäre super krass. Aber solange niemand zuguckt, wäre es vergeudet. Oh, komm schon. Hä? Ja, okay. Das allein reicht nicht. Ich brauche Lust. Und hier komme ich auch... Warte. Aber hier ist ja nichts Kleineres. Das heißt... Kann ich... Kombinieren kann ich ja auch nichts. Stein mit dem Ob, das wäre... Wenn ich anfange, meinen Kram mit jedem Steinchen zu benutzen, dann komme ich nie nach Elysium. Hm. Okay, warte mal. So, wir haben jetzt schon alles ausgeleuchtet, wo es lang geht. Soweit ich weiß. Das Hotellen haben wir. Na, ich bin hier. Hm, ist wohl nichts mehr drin. Ehrlich? Oh. Zuckerwatte-Maschine. Ich war hier schon mal, als Kind, mit meinem Dad. Ich bin ihm bis hierher nachgelaufen. Als er mich bemerkte, hat er sich so gefreut, dass er mir Zuckerwatte gekauft hat. Dann sagte er, ich soll auf ihn warten, während er das Hochboot nach Elysium sucht. Ich habe ihn nie wieder gesehen. Hm. Ich komme schon noch drauf. Ich muss binär denken. Es kann nicht sein, dass die... Es kann ein... Ich komme schon noch drauf. Ja. Was ist das? Das ist doch... Ich habe sie auf ein Meer aus Rosen gebettet. Genauer gesagt, frittierten Rosenkohl. Ach ja. Oh, jetzt höre ich mich ohne auf Rosenkohl. Nein. Ich wette, dein Verlobter ist nicht so ein Teufelskerl wie ich. Nee, stimmt nicht. Ach ja. Nee, stimmt nicht. So, Phosphor hätten wir. Aber wir brauchen ja erst mal was zum Anzünden. So, ähm. Das ist ein Kalzone. Ist das einfach nur eine Geschmacksrichtung? Ich kenne Kalzone gar nicht. Okay, ähm. Kalzone, Kalzone. Was ist das? Kalzone. Das ist doch wirklich nur eine Geschmacksrichtung. Ranustelle. Hm, 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 hm. So. Aha. Hier gehört das schon mal nicht hin. Langsam fügt sich das Mosaik zusammen. Sehr langsam. Sehr, sehr langsam. Ganz, ganz langsam. Der Stock passt in die Halterung. Aber die Zuckerwatte müsste schon bremmen oder so, um das Mosaik zu erhellen. Warte, warte, warte. Das wäre ja jetzt, ey, das ist ja... Warum frage ich noch, ey, wenn das funktioniert, ne? Das gibt's nicht. Hey, mein epischer Mönchschor ist zurück. Ich dachte, ich hätte ihn am Kran gelassen. Nein, ist das dein Ernst? Das gibt es nicht. Hier hat jemand was draufgekritzelt. Das muss das Passwort für den Lift sein. Immerhin steht es direkt über der Darstellung der Fahrstuhluhr. Genau da, wo ein Stück im Mosaik fehlt. Und jetzt ist Fingerspitzengefühl gefragt. Richtig. Hier sind ja noch mehr Teile. Ja, kein Problem. Das habe ich eben nur zusammengepuzzelt. Exactly. Was ist das denn? Okay. Was lustig ist, ich freue mich dabei. Kann man das noch drehen? Kann man nicht drehen, ne? Gut, denn hier oben ist das da. Hallo? Das passt doch. Hä? Hm. Ich habe echt keinen Plan gerade, weil ich habe gerade versucht, da was drauf zu flicken, aber das hat nicht so. Man kann es drehen. Ah, pass auf. Was soll man mir doch sagen? Warte. Der kommt ja bestimmt hier. Auch nicht? Ich will dich haben. Ach so. Tut mir leid. Das war gerade doof von mir. So. Der müsste denn hier sein, glaube ich. Irgendwo, wo viel Schrift ist. So? Ne. Also, also nicht viel Schrift, aber viel. Ach, den mache ich später. Ja. Hier kommt der, der für jedes Riesel 30 Anläufen braucht. Und dann auch noch 1000 Stunden. Ja. Ja. Läuft bei uns. Warte. 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 Habe. 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 Nein. Auf keinen Fall. Iron Man und Nemo. Welches nehmen wir denn jetzt? Einfach mal ausprobieren. Irgendwer wird schon was klappen. Na? Nein. 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 ich arbeite mich von oben nach unten was könnte hier reinpassen eigentlich nicht viele sondern der glaube ich nein der hat fast die gleiche form auch nicht das sieht schon besser aus genau so jetzt könnten jetzt zwei reinpassen und zwar einmal der anscheinend nicht passen nicht sicher jetzt schon gekonnt das war gekonnt das war skill voll der skiller bin ich hier das passt aber nicht das passt nicht das passt auch nicht das ist auch nicht alles falsch alles gehört es auch so nur die zähler sind hätte ich echt nicht gedacht ich bin enttäuscht naja nicht wirklich enttäuscht aber bin ich denn jetzt blöd dafür sowas hier fertig zu kriegen oder grün das passt doch nicht nee das könnte passen und das tut's auch okay weiter geht's mit dem da weil der passt hier bestimmt gar nicht hin habe ich doch gesagt und die process recht nicht hin und hier ist er auch fehlerplatz und ich meine so nein nein ja 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 es wäre aus der stellen gewesen aber zu sein so zack gegenüber warte ich will jetzt das hier noch habe das ende das heißt es muss gerade sein es muss fast es muss einen rechten winkel haben oder das ist eine spitze das kann auch sein mit dem rechten winkel würde das hier fast passen aber nein und das hier nein ich probiere es einfach mal naja kann man nicht mal so hindrehen auch nicht da muss ja nur die spitze sein ne es wäre zu schön gewesen um wahr zu sein einfach mal ja ich wird geklappt was hey habe ich nuss im klub einfach darauf kommen hallo ok das so wird es passen glaube ich oder nein nein kann man vergessen irgendwo wo eine menge drauf ist oder so auch nicht das ruf ist aber jetzt keine kommentare gibt wundert mich hatte fast hier gar nicht da nicht weil er kommt denn hier rein der muss hier reinkommen der hier rein so dass es eine kante der muss hier reinkommen genau warum ich nicht gleich so denn folgendes nach jetzt so wollte ich sagen das sieht schon besser aus weiter geht's mit dem das ist alles nicht hier passt nichts rein hier passt nichts rein außer der also fast nichts außer der fast 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 nein nein ja nein so kurz vor dem letzten noch so ja überspringen das müsste jetzt die folge weiß ich gar nicht sein wenn ihr zum spannenden teil überschreiten wollt einfach drei folgen vorspulen dann passt das schon das gibt doch nicht ja 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 es fühlt sich es lebt es lebt es lebt es lebt es lebt aber da muss ich gar nicht hin nein nein auch nicht auch nicht auch nicht auch nicht auch nicht nein 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 du so klick 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 nicht oh es war anscheinend hier an der richtigen stelle aber irgendwie doch nicht so das ist ja so unfair könnte man das auch falsch platzieren ich glaube ich würde so im kreis drehen hä nein nein ja sieht fast gut aus nein 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 warum muss das unbedingt zum schluss ne 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 macht Sinn macht echt Sinn also so wenn man es zum Schluss sieht macht es schon ein bisschen Sinn ich dachte die machen ja nur Bullshit aber ja endlich wo denn ich muss wahrscheinlich einfach nur fest drücken immer noch nicht jetzt gleich